In Berlin freue ich mich jetzt auf eine Einschätzung von Rainer Wendt, Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Guten Morgen nach Berlin. Guten Morgen. Herr Wendt, die Aufgabe der Polizei ist es ja eigentlich, die Bürger zu schützen. Wie kann es kommen, dass die Polizei bei den Vorfällen in Köln derart überfordert war? Die Polizei war nicht überfordert. Sie war einem neuen Phänomen gegenüber. Aber der Vorwurf etwa, hier seien Beamte eingespart worden, ist schon deshalb falsch, weil ja mehr Beamte als sonst dort eingesetzt waren. Aber was nicht vorhersehbar war, war dieses Massenphänomen sexualisierter Gewalt, dieser massenhaften Einschließung von Frauen, dieser Belästigungen in dieser Form. Das war keine Einsatzerfahrung, die man aus früheren Einsatzen hatte. Deshalb konnte man es in der Lagebeurteilung auch vorher nicht berücksichtigen. Hinterher sind sowohl Politiker als auch andere Zeitgenossen natürlich viel schlauer. Sie sagen, es waren genug Einsatzkräfte vor Ort. Jetzt hören wir aber, dass offenbar die Kölner Polizei Einsatzkräfte zusätzlich noch in Düsseldorf angefordert hatte. Das wurde abgelehnt. Wie kam es zu dieser Fehleinschätzung? Noch einmal, es ist mehr Personal eingesetzt gewesen, als es vorher der Fall gewesen ist. Wir haben uns vorbereitet auf eine ganz normale Silvesternacht, weil es auch keine Hinweise darauf gab, dass das keine normale Silvesternacht werden würde. Insofern kann man, was die Lagebeurteilung im Vorfeld angeht, der Polizeiführung keine Vorwürfe machen. Was man jetzt allerdings, acht Tage später, hier an Öffentlichkeitsarbeit abliefert, das ist eine einzige Katastrophe. Das ist in einer modernen Informationsgesellschaft ein echtes Desaster. Denn die Aufklärung, die Innenminister Ralf Jäger ja versprochen hat, das ist doch nicht die Privatangelegenheit eines Polizeipräsidenten, der sich aussuchen kann, wie in einem Obrigkeitsstaat mit seinem Herrschaftswissen sich zurückzuziehen. Das kann so nicht bleiben. Sie sagen es selbst, die Öffentlichkeitsarbeit war, sagen wir mal, suboptimal. Ist die Kölner Polizeispitze noch tragbar? Nun, was den Polizeipräsidenten angeht, wird ja viel von Rücktritt gesprochen. Ich weise mal darauf hin, es ist ein politischer Beamter, kein Politiker. Das heißt, wenn überhaupt, kann er den Innenminister um Versetzung in den Ruhestand bitten. Oder aber der Minister selbst müsste tätig werden und ihn in den Vorzeiten Ruhestand schicken. Es spricht vieles dafür, dass das gemacht wird. Denn es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Ich kenne zumindest keine dritte. Entweder hat er von diesen Vorgängen gewusst und auch von diesen Hintergründen und hat dann bewusst die Unwahrheit gesagt in der Pressekonferenz, das wäre natürlich ein echter Grund, ihn sofort aus diesem Amt zu entbinden. Oder er hat es nicht gewusst. Dann stellen sich natürlich viele weitere Fragen. Hat er sich eigentlich in der Silvesternacht über die Lage informieren lassen? Wie ist es zu dieser Pressemitteilung gekommen? Hat er sie vorher gesehen und hat er hinterfragt? Was er oder wollte er das vielleicht alles gar nicht wissen? Das wäre die zweite Möglichkeit. Beide Möglichkeiten sind eigentlich für das Amt und für die Funktion eines Polizeipräsidenten nicht tragbar. Viele Ungereimtheiten. Also noch sagen Sie selbst, Fakt ist, Polizei und Innenministerium haben in der Silvesternacht in Köln viel Vertrauen verspielt bei der Bevölkerung. Wie kann das Vertrauen wiederhergestellt werden? Durch eine offensive Öffentlichkeitsarbeit. Es ist doch nun einmal Fakt ganz offensichtlich, dass die Einsatzkräfte, die das berichten, und ich habe überhaupt keinen Zweifel daran, dass das genau so richtig ist, wie diese Einsatzkräfte das in ihren Berichten schreiben, dass es Festnahmen, dass es Personalienfeststellungen das alles gegeben hat und dass es sehr wohl deutliche Hinweise auf die Täter gegeben hat und auf deren Herkunft. Das zu verschweigen, war schon eine Informationskatastrophe. Und das führt natürlich zu einem Vertrauensverlust. Und jetzt müssen alle Fakten und zwar sehr schnell auf den Tisch. Wir müssen aufhören mit dieser politischen Korrektnis, mit diesem Verschweigen, mit diesen Schönredereien und so tun, als wüssten wir das alles nicht. Es gehört nun einmal zur Wahrheit dazu. Und das ist das, sage ich mal, das einigermaßen Positive an dieser Debatte jetzt, dass man die Dinge auch beim Namen nennt. Wir müssen einfach zur Kenntnis nehmen, es gibt unter denjenigen, die bei uns Schutz gesucht haben, auch solche, die sich eben nicht rechtstreu verhalten wollen. Das muss man aufklären. Und da muss man die Sicherheitsbehörden, sowohl die Polizei als auch die Justiz, in die Lage versetzen, hier konsequent auch einzuschreiten. Und da ist mir manches Politiker-Gerede jetzt von schärferen Gesetzen eigentlich zuwider. Wir müssen jetzt mal die bestehenden Gesetze vernünftig anwenden, Polizei und Justiz vernünftig ausstatten und vor allem auch in Deutschland eine vernünftige IT-Infrastruktur der Sicherheitsbehörden endlich schaffen. Wir brauchen vernetzte Sicherheitspolitik und nicht dieses Klein-Klein in Ländern und einzelnen Behörden. Rainer Wendt war das, der Bundesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft. Vielen Dank für Ihre Einschätzung nach Berlin.